wir sprechen heute wieder über kosmetik wir sprechen über das serum von face the ori und zwar das bha serum und was ich davon gehalten habe erzähle ich dir nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und ich stelle dir heute wieder ein face the ori produkt vor man merkt an face the ori ich habe das jetzt gerade auch auf namen zwei kanal gesagt man merkt an face the ori dass die verpackungen nicht so ganz ausgeklügelt sind sprich wenn ich das so in die kamera halten sieht man die schrift überhaupt nicht das könnte sonst was sein also es ist mir schon bei diversen flaschen aufgefallen die neue flasche ist halb halb also das etikett oben ist immer noch turkis unten ist das weiß und dann steht eine schwarze schrift was man dann wesentlich mehr sehen kann ich liebe die produkte von face the ori also mir geht es da weniger um die verpackung ich bin damals auf fest die ori gekommen weil ich meine gesichtspflege umgestellt habe auf wenig bis keine duftstoffe und dieses produkt hier ist ein peeling ein chemisches peeling an bha peeling mit aha aber und hat bei mir jetzt von den produkten die ich bis jetzt schon getestet habe kannst du hier nachgucken ich habe einen fest die ori ordner ist das schlechteste lieferst sagen also es ist an sich nicht schlecht versteht mich da nicht falsch aber so von der wirkung was ich mir erhofft habe vom preis den ich bezahlt habe habe ich mir hat schon mehr erwartet das ist ein zwei prozent bha peeling mit milchsäure milchsäure ist relativ mild damit hat die geschichte hier besser vertragen wird und die milchsäure soll so ein bisschen ja eure pigment flecken auch noch so ein bisschen zum verblasen bringen und so es prickelt so gut wie gar nicht mehr auf meiner haut und ich musste relativ lange testen deswegen habe ich das produkt jetzt als letztes dran genommen ich wusste lang nicht wo ich mit dem produkt stehen man muss bei säuren aufpassen auch da habe ich ein video schon gemacht erzähle ich ein bisschen mehr über säuren und wenn du so ein produkt holt langsam anfangen bedeutet wenn du reaktion zeigt also negative reaktion kann das schon zu spät sein deswegen immer schön vorsichtig und so ein produkt muss nicht nur getrunken prickeln deswegen habe ich lang genug so ein bisschen hin und her probiert und geschaut was das für meine haut tut ich habe beim letzten mal habe ich den cleanser den ex folien cleanser vorgestellt der kann wesentlich mehr findest du im ordner unter dem ii in kombination habe ich jetzt heute die gestern zum ersten mal den cleanser aufgetragen mit dem produkt und habe dann schon festgestellt dass ich dann wieder dieses prickeln spüre ich mache aber die wirkung nicht an den prickeln an sich fest sondern an meiner fest fettigen haut da habe ich bis dato man gemerkt wenn ich funktioniert habe ich über den tag verteilt lange nicht so eine speckige haut weil ich ja eher so team schaut mit fertiger t-zone bin ich habe auch anfänglich mit dem produkt jetzt nicht so große wirkung erzielt wie es mir erhofft habe da war schon eine wirkung definitiv und man darf nicht vergessen dass die fest die produkte hat auch so aufgebaut sind dass du zum beispiel glänzer und das eben kombinieren kannst dass du nicht gleich so einen großen säuregehalt auf der haut hast dass du dich verätzt weil verätzen kann man sich eben auch und dann ist es zu spät also dass du eben wie gesagt diese produkte aufeinander aufbauen kann und auch mal weglassen kann also wenn deine haut mal nicht so viel säure verträgt dann lässt du diverse produkte halt eben auch weg ich bin mit grundsätzlich immer vorsichtig weil mein allererster kontakt mit säuren ist schon eine ecke her da hatte ich nämlich so eine verätzung im gesicht und das war überhaupt nicht schön also ich habe mich da auch nicht informiert gehabt ich war da blauäugig hat pr-sample bekommen und ab aufs gesicht und dann war das auch dementsprechend hässlich hinterher muss ich ehrlich sagen also da wirklich immer aufpassen und wer säuren aufträgt muss sonnenschutz tragen da gibt es kein hin und her sonnenschutz muss dann aufs gesicht weil du die hautschüppchen eben abträgt und somit eine größere größere gefahr hast für hautkrebs und das möchten wir alle nicht also den tragen wir ja eben produkte auf die gegen falten helfen sollen et cetera und wenn wir dann noch die sonne direkt drauf scheinen lassen oder das ist ja ein bisschen falsch von mir gesagt die sonne muss ja nicht notgedrungen direkt drauf scheinen sondern es geht ja mehr oder minder um die uva strahlung die ist ja immer da und da braucht man keine direkt kein direkt schönes wetter und ja immer tragen ob es regnet ob schneit sonnenschutz tragen in diesem serum ist es verladen enthalten es ist grüntee extrakte enthalten es ist tocopherol enthalten es ist wie gesagt milchsäure zusätzlich mit drin deswegen riechen die produkte auch immer so ein bisschen nach der milchsäure also wirklich nicht erschrecken weil wenn man das nicht gewöhnt als duftstoffe überlagern auch oft damit ein produkt attraktiver daherkommt weil wenn du gute inhaltsstoffe hast wie beispielsweise milchsäure dann riecht die natürlich auch so ein bisschen raus dann ist das produkt natürlich schon so ein bisschen säuerlich aber wie wir ja wissen duftstoffe gehören in der zahl wie sie uns hat verkauft werden nicht auf unser gesicht das ist ganz 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 wichtig würde ich mir dieses produkt nochmals kaufen nein weil da hat mich halt wirklich so ein bisschen enttäuscht weil es ist halt schon teuer es ist zwar squalane enthalten squalane habe ich mir aber auch extra gekauft und das dieser dieser glänse den ich das letzte mal vorgestellt habe mit dem komme ich halt wesentlich besser klar und wir kommen halt den effekt viel besser hin als ich das jemals mit diesem produkt hier hinbekommen würde es hat ein schöner zusatz auf den glänse drauf habe ich jetzt einfach gemerkt aber aber sonst 22 euro oder 23 euro finde ich halt dann ein bisschen zu viel wenn es so vom gefühl her hat nicht ganz so viel droht ich finde es aber trotzdem empfehlenswert das einfach mal auszuprobieren weil jede haut ist anders auch wenn ich jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden war mit dem produkt möchte ich aber trotzdem dazu sagen dass ich eben extrem viel von den fels die euro produkten halte und sie natürlich auch weiter testen werde dieses serum gehört kühl gelagert also ich habe es eigentlich im kühlschrank es sind 30 milliliter man kommt gut damit aus wie schon erwähnt nicht immer auftragen gucken was deine haut dir sagt wirklich am anfang vielleicht einmal pro woche anfangen und ich dann steigern weil wenn du deine veräpfung auf der haut hast rückgängig machen kannst du das nicht mehr und säuren sind halt eben so und das vergisst man ganz häufig ich wie gesagt damals sehr blauäugig hat mich da nicht so wirklich informiert und einfach gibt ihm drauf auf die haut das war nicht zu treu an der stelle muss ich wirklich sagen und sonnenschutz habe ich auch kein getragen das darf man überhaupt nicht erwähnen an der stelle ja kennst du fest die euro schon hast du dieses produkt schon mal probiert auch wenn deine meinung komplett von meiner meinung abweicht gerne unten in die kommentare das ist wichtig für diejenigen von euch die das produkt eben bestellen möchten und eben auch verschiedene meinungen zum produkt haben möchten in diesem sinne melde ich mich wieder ab bedanke mich bei dir fürs einschalten gib mir doch einen daumen nach oben falls dir mein video gefallen hat ihr wisst mein abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschüss